Als allererstes passiert etwas Negatives in deinem Leben. Dann associierst du damit negative Gedanken. Und dann bist du unglücklich. Emotionen entstehen so. Zuallererst gibt es ein Ereignis. Nehmen wir mal an, du wirst gekündigt beim Job. Dann folgt unsere Bewertung, unsere Gedanken zu diesem Ereignis. Und nehmen wir mal an, sie sind negativ und das wäre dann sowas wie wie soll es jetzt weitergehen, wie soll ich Geld verdienen, was soll ich jetzt machen. Auf diese Gedanken, also auf die Bewertung, folgt dann das Gefühl. Und das wäre in diesem Fall wahrscheinlich sowas wie Verzweiflung, nicht weiter wissen oder Trauer. Nehmen wir aber mal an, wir würden das Ganze positiv bewerten. Also nehmen wir an, wir würden gefeuert werden. Und statt zu denken, was sollen wir jetzt machen, wo soll es weitergehen, wie soll es weitergehen, denken wir uns, wow, was für eine tolle Chance. Ich kann was Neues ausprobieren. Vielleicht kann ich was Eigenes machen. Ich habe mehr Zeit für mich. Zeit zu überlegen, was ich ja immer schon machen wollte, was ich aber wegen Zeit nie machen konnte. Und aufgrund dieser Gedanken kommt ein ganz neues Gefühl ins Spiel. Und das ist eher sowas wie Hoffnung oder Neugierde, Freude auf was Neues. Und so ist das mit allen Sachen. Die Gedanken, die wir einem Ereignis zuordnen, bestimmen, was wir dann fühlen. Unser Bewusstsein gibt Befehle an unser Unterbewusstsein weiter. Unser Unterbewusstsein fragt aber nicht nach, ob das in Ordnung ist oder bewertet nicht, sondern führt einfach nur aus. Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Nehmen wir an, man fährt ein Auto. Der Fahrer an sich ist das Bewusstsein. Der Fahrer gibt die Befehle, er gibt Gas, bremst, schaltet etc. Und das Auto, das Unterbewusstsein, führt die Befehle aus. Wenn du jetzt zum Beispiel auf eine Wand zufährst und du bremst nicht, sondern gibst weiterhin Gas, dann gehorcht das Auto einfach deinen Befehlen, obwohl es das eigentlich deiner Gesundheitswillen nicht sollte, und fährt weiter auf die Wand zu. Das Auto bewertet also nicht deine Handlung. Das Auto macht nur, was du ihm sagst. Und so ist es in unserem Kopf, in unseren Gedanken. Unser Bewusstsein, das, was wir aktiv denken, beeinflusst unser Unterbewusstsein, aber unser Unterbewusstsein sieht nicht, wo wir hinsteuern. Du steuerst, du kontrollierst das Ganze. Deswegen pass immer auf, was da oben vorgeht. Denn wenn deine Gedanken nicht auf deiner Seite sind, dann ist niemand auf deiner Seite. Wie lässt sich das Ganze auf Frauen beziehen? Sieh es mal so. Wenn du selbst nicht glaubst, dass du den Mut hast, die Frau anzusprechen, wie willst du dann die Frau jemals ansprechen?